Hey! Ich hoffe schon auf dich gewartet. Ja, du hast das Verwöbelnprogramm für Männer bei mir gebucht, stimmt's? Sehr gut, dann nimm doch schon mal Platz und ich werde mich gleich um dich kümmern, ok? Sehr gut. So mein Süßer, ich sehe du hast schon Platz genommen. Ich würde jetzt erst einmal einen Umhang um dich herum machen, damit deine hübsche Shirt nicht dreckig wird. Ja, das steht dir wirklich sehr gut, das betont deine Muskeln. Gut. Dann muss ich einmal um dich herum. So, passt das so. Sehr gut. Darf ich dir vielleicht auch schon mal was zu trinken anbieten? Ja, also für die ganz harten Männer haben wir hier einen richtig guten Muskeln. Ich kann dir natürlich auch was anderes anbieten, Red Bull, Moloch. Du möchtest den Whisky? Habe ich mir schon gedacht. Ich sag dir, der ist wirklich richtig gut. Die Männer hier schwärmen immer total davon. Du kannst auch gerne mal daran riechen. So. Befällt es dir? Sehr gut. Sehr gut. Ich schenke dir zunächst einmal ein bisschen weniger ein. Dann kannst du erst einmal probieren, ob er dir schmeckt. So. So. Ja, bitteschön. Lass es dir schmecken. Ich kann es dir gerne mal auf die Seite stellen, okay? Sehr gut. So. Ich darf dich doch sicherlich anfassen. Ja. Das ist wirklich eine schöne Jawline. Ich sehe auch schon, dass der Bart gut nachgewachsen ist. Ja. Aber ich finde, das sieht total männlich an dir aus. So. Du möchtest ein wenig deinen Bart trimmen. Und deine Haare wie immer. Sehr gut. Dann lehn dich mal über das Waschbecken und ich wasche dir zunächst einmal die Haare, okay? So. So. Ich sehe, du hast dich hingelegt. Du kannst mir ruhig sagen, ob die Wassertemperatur für dich angenehm ist. So. 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 Ein Schamponien verwende ich von Butchers the Sun, ein, zwei und eins, Body and Hair Shampoo. Das hat auch ein richtig, richtig schönes Power-Design. Ja, ist auch mit natürlichen Inhaltsstoffen. Well done mit Taurin und Koffein. Kraftvoll und beliebend mit Zedernholz. So und jetzt werden wir erstmal deine Kopfhaut damit einschamponieren. Sehr gut. Das duftet so schön männlich. Passt zu dir. So, das werde ich jetzt in deine Kopfhaut einmal sehen. Bedürfst du es geholt? Ja. Mir wurde schon öfter gesagt, dass ich die besten Kopfmassagen gebe. Ich hoffe, dass du das bestätigen kannst. Ich gebe mir mehr. Ja, du sollst dich ja bei mir vorweg fühlen. Und wie geht's dir sonst so? Hast du viel Stress auf der Arbeit? Du Arme. Oh je. Gib dir deine Frau, Herr Freundin, wenigstens eine Massage nach so einem Handtuck. Aber du hast gar keine Ohren. Gut zu wissen. Okay, sehr gut. Dann spüle ich das mal aus. So. Okay. Sehr gut. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt gleich einmal mit deinen Haaren beginnen. Und dann widmen wir uns deinem Bart, oder? Dir. So, du hast relativ kurzes Haar. Ich denke, es ist nicht nötig, das zu föhnen. Ich kann nass auch viel besser damit umgehen. Ja, wir tupfen dein Haar einfach mit einem Handtuch ab. Ich denke, das ist viel besser, wenn wir es einfach trocken rüppeln. Okay. Dann legen wir mal los. Wenn es zu hart für dich ist, dann sag Bescheid. Wir möchten deine Haut ja nicht strapazieren. sehr gut. Sehr gut. Das dürfte jetzt erst mal reichen. Oder was meinst du? Ja. Ja. Sehr gut. So. Dann erzähl mir doch mal, wie du dein Haar am liebsten haben möchtest. Die Seiten kürzer. Vorne etwas länger. Okay. Na klar kann ich das machen. Ich kann alles machen, was du willst. Okay. Okay. Gut. Dann kümmern wir kurz deiner Haare. Okay. 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 Ja, sehr gut. Du hast echt volles Haar. Ja, super griffig und glänzend. Sehr schöne Haarstruktur. Also ich nehme jetzt meine Schere dazu. Und dann schneiden wir deine Haare. Etwas kürzer. Kürzer. Okay. Und hier. Gehst du eigentlich trainieren? Weil du so muskulös bist. Ach, sieh mal einer an. In dem gleichen Fitnessstudio bin ich auch. Ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Okay. Sehr gut. Jetzt würde ich deine Seiten auf so zwei, drei Millimeter kürzen. Oder möchtest du die Seiten auf null? Okay. Ich soll einfach machen, wie ich denke. Alles klar. Aber nicht, dass ich dir immer schuldig bin, wenn es nicht gut wird. Okay. Nein, Spaß. Ich gebe mir Mühe. Es kann nur gut werden. Gut. Dann legen wir mal aus. Okay. 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 Yeah, neigen Sie? Okay. 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 Sehr gut. Dann betrachte ich dich doch mal im Spiegel. Passt das so bis jetzt? Okay. Gut, dann widmen wir uns jetzt deinem Bart. So, deinen Bart würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz mit der Schere stutzen. Bevor wir ihn dann ausrasieren. Okay. Okay. So, natürlich gehe ich auch noch mal mit dem Elektrogerät an deinen Bart. Vorsicht, nicht erschrecken. Wenn es zwickt, dann sagst du mir doch bestimmt Bescheid. Okay. Okay. Und schon immer. Okay. Cool. Ja, dann mache ich dir jetzt gleich mal deine Haare aus dem Gesicht. Um die Härchen aus dem Gesicht zu pusten, verwende ich hier eine richtig fluffige Brush. Ist ein richtig zarter Pinsel, der sich total angenehm empfiehlt. Und... Wie fühlt sich das an? Das kitzelt, oder? Okay. 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 So... Jetzt würde ich etwas Rasierschaum anrühren. Ja, jetzt wirst du glatt rasiert. Dazu nehme ich ein Rasiergel, welches nach Clementinen und Vanilleblütenduft ist. Ja, ich hoffe, das stört dich nicht, dass es ein weibliches Design ist. Aber das sind wirklich richtig pflegende Inhaltsstoffe. Und duft ist natürlich trotzdem extremst männlich. Und was hast du heute Abend noch vor? Aber du hast einfach nur Hunger. Ja, ich würde am liebsten auch etwas essen gehen. Ich habe heute auch noch nicht so viel gegessen. Und ich könnte jetzt gerade ordentlich was vernünftigen. Ja, ich hätte irgendwie Lust auf Italienisch. Was isst du denn am liebsten? Hm. Also, ich würde dir gerne etwas kochen, aber... Ich bin ja nur deine Fristin. Gut. Dann mischen wir mal alles ab. Und um dich einzuschäumen, verwende ich diesen Pinsel. Also. Und so. Und so. Und so. Wenn du hier schaust, erkennst du auch einige einzelne Clementinstücke, die sorgen für diesen richtig süßen Duft. Und hier. Und hier. Also. Das ist. Drei bitte das jetzt mal. Mal aus, schön im Kreis und dein Baby-Kuckl. So. Okay. und die nächste Läge Okay, sehr gut. Okay. So. Jetzt werde ich mit einem Rasierer die Überreste noch wegrasieren. Ich mache das ganz vorsichtig. Ja, wir wollen ja nicht, dass du blutest. Okay. Hörst du das Flugzeug im Hintergrund? Du wärst sicherlich auch ein Klasse Pilot. Ja. Du wärst bestimmt auch gut Auto, oder? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Was wärst du denn für eine Gifte? Wow. Das ist ja toll. Super. Ja. Hat bestimmt viel PS. Okay. Als wenn du mal einen Beifahrerplatz frei hast. Ich bin dabei. Okay. Dann können wir ein wenig durch die City Groves nennen. Okay. Gut. Ich entferne das jetzt nochmal schnell mit einem Butterblatt. Okay. So. Okay. Und. So. aber nicht traurig sein. Ich hoffe, du bist jetzt nur traurig, weil es zu Ende geht und nämlich geht es dir nicht. Bis jetzt ist das alles perfekt. Na, das ist sehr gut. Okay, gut, so. Ich würde jetzt noch ein wenig Aftershave auftragen. Ja, das ist das Denimjag Aftershave. Ich finde, das riecht total gut. Ja, bist du damit einverstanden? Sehr gut. So. Gut. Und jetzt werde ich deinen Bart auch nochmal mit einer Aftershave Lotion eincremen, damit er dann auch wirklich richtig schön gepflegt ist. So. Und um deinen Bart abschließend eincremen und zu pflegen, Also, wenn ich den Bart auch mal mit einer Karte habe, das ist ein paar Mille. Mille Mille. Abbrich, rassert, ich sehe so sehr gut. Das ist ein Aftershave. Schäfbar, ist das ok, sehr gut, so und jetzt gebe ich dir ein lailliges Feedsmassage damit. Das mache ich nur für meine Liebsten, gut, ja du bist mir einfach so sympathisch. Okay. 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 Wir sind jetzt auch gleich fertig mit der Behandlung. Ja. Sehr gut. Okay, dann bin ich fertig. Du kannst vorne an der Kasse bei mir bezahlen, ok? Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao. Okay. 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 Okay.